Alles gut? Nein, nicht alles gut. Alter, kerker dich ein, ich helf dir. Bau irgendwas um dich rum. Das war's, ich bin tot. Ey, hier sind gerade drei Skelettes. Skelettes. Ey, niemals. Oh, nee, ey. Bist du tot? Ja. Also, wenn du da runterkommst, da ist halt viel los, aber das sind halt meine Sachen. Oder du wartest kurz, dann hol ich sie mir gleich selber wieder. Ja, aber dann beeil dich bitte. Ja, ich bin dabei. Jetzt müsstest du doch, wenn du mich hörst, hier Marie, ich bin am spawnen jetzt, an meinem Haus. Die ist doch bestimmt schon weiter vor dir. Ja. Pass auf, dann versuche ich mir immer ein bisschen Stein zu sammeln währenddessen. Ich sage ja, es ist dämlich, wenn wir das irgendwie immer also, wenn wir immer so weit laufen müssen zu einer Höhle. Ja, wir können uns ja auch gerne eine suchen, die näher dran ist, aber jetzt war doch gerade, die haben wir doch noch nicht mal halbwegs erkundet. Ja. Ja, nicht ja. Aber ich habe doch schon gesagt, ich möchte nicht, jetzt muss ich wieder so weit gehen. Ja, nun stell ich nichts an. Was? Ich hatte gerade ein wenig Sodbrennen. Also ich stand, du musst pupsen. Nee. Kann man auch nicht mal machen. Ist das eigentlich immer noch so, dass Frauen nicht sowas nicht machen dürfen? Können sie doch gar nicht, dachte ich. Das wäre schon atomisch gar nicht möglich. Ja, ich dachte auch mal, da kommen nur Blumen raus oder so. Ja. Gibt ja viele, die so der Ansicht sind, ne? So, ich sehe, glaube ich, auf jeden Fall Marie gerade. Wo wir gerade beim Thema sind. Ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich ja sowas immer, wenn ich nachts schlafen gehe. Frag doch einfach mal deine Frau. Hallo, willst du mitkommen? Dann nicke mal. Bist du schon am Anfang der Höhle? Ich habe das Gefühl, sie hört mich gar nicht. Marie, Marie, möchtest du mitkommen? Schrei noch lauter. Schrei noch lauter. Schrei noch sie nicht, okay. Gut. So, pass auf. Ich baue hier ganz viel Kies ab, dann habe ich noch ein bisschen was unterwegs. Marie, ganz kurz. Du hörst mich ja, ne? Wenn du willst, kannst du ruhig hinten erstmal eine Kiste bauen bei mir im Baumhaus. Und dann kannst du da deinen ganzen Kram. Ja, liebe Leute, das ist professionelles Let's Play auf einem Niveau von, könnten wir sagen, 14,5-Jährigen. Ja, ach Quatsch, überhaupt nicht. Wenn ihr spenden wollt, dann spendet bitte für ein Mikrofon, für ein Mikrofon, für... Mikrofeur? Mikrofeur, ja, Baguette, äh, für Fräulein Bergström. Spendendetail seht ihr in den Kommentaren. Boah, Alter, diese Schweine, ne? Welches? Wie dumm die auch sind. Welches Schwein? Die Skeletters hier, die sind ziemlich dämlich. Du bist noch da, ne? Ja, ja, ich warte hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich die irgendwie wegmachen könnte. Ich weiß nicht mehr so richtig, wo es... Ach doch, das war hier, okay. Aber irgendwie... Hallo. Was war das? Ja, hinter mir explodiert gerade alles. Ich wollte gerade sagen, es war aber bei dir, ne? Mhm. Mach mir nicht wahnsinnig, ey. So, pass auf. Alter, hinter mir ist hundertprozentig. Ey, der trifft mich jetzt nicht von hier. Schweinehund. Habe ich irgendwas zum Werfen? Oh, fuck. Oh, man. Ah, fuck, man. Lass mich einfach mal kurz... Sind meine Sachen noch irgendwo da? Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Ihr habt das alle gesehen, oder? Ey, so, jetzt... Pass auf, hier liegen doch noch alles von dir. Ja, ich bin doch jetzt wieder unten. Ja, dann komm mal her jetzt. Ja, bist du da? Ja, ich bin hier. Ja, okay. Ich sehe sogar Gold von hier. Ja, hier ist noch alles meine Sachen. Ich bin jetzt bei meinen Sachen hier wieder. Ja, gut, du hast den Skelett... Ja, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Komm mal bitte hier. Hier, Max, bitte. Einfach rauf da alles. Alles, was du hast, Mann. Alles rauf. Ey, das ist nicht dein Ernst, dass du dich schon wieder in so eine Situation begibst? Dafür waren die jetzt, äh, Ressourcen ergiebig. Ach, komm, erzähl mir doch nichts. So, jetzt gib mir mal kurz Backup, bitte, dass hier nicht gleich wieder ein Creeper auf mich rauf fällt. Oh, mach Licht hier, Mann! Mach Licht! Du bist viel zu nachlässig damit, ohne Scheiß. Ich bin nicht so mit dem Licht, weißt du? Ich bin nicht so verschwenderisch wie du. Nee, das hat mit Verschwenderung gar nichts zu tun. Verschwenderung. Verschwenderung. Jetzt spack hier mit der Kamera und alles ab, ey. So, pass auf. Ey, das... Hörst du dieses Geräusch? Das hört sich an den Fluss, ne? Ach, warte mal, ich hab diese blöde Minecraft-Musik noch an. Nee, ich hör hier grad einen reißenden Fluss, da hab ich den Eindruck. Warte, Musik aus. Ah, es regnet, glaub ich, kann das sein? Ey, die ist aus, das kann gar nicht sein. Ist das Regen? Ja, mein ich ja. Hört sich merkwürdig an. Und obwohl die Minecraft-Musik aus ist, hör ich die wohl irgendwie. Völlig wurscht. So, pass auf. So, so, so. Ich hab grad irgendwas runterfallen hören hier. Ja, warte, ich versuch gerade... Nee, bei dir geht auf jeden Fall die Minecraft-Mucke gerade an. Ja, warum? Das möchte ich nicht. Oder ist das bei mir? Bei mir ist es... Die Musik ist aus. Und bei dir? Weißt du, was ich glaube? Na? Marie, kann es sein, dass du dein Mikrofon wieder anhast? Was? Schweinerei. Ich denk gerade, was ist das für Musik? Ja, von mir aus kannst du auch so mitreden. Tim, unter dir ist ein Creeper. Ja, ich weiß. Von mir aus kannst du auch so mitreden, Marie. Ja, weil ich bin jetzt geschlossen, auf eigenes Haus loszugehen. Ja, dann mach bitte die Musik aus. Ja, genau. Wenn du auf Escape gehst und dann auf Optionen, dann gibt's oben links den Button Musik. Wenn du den Schalter nach links hebelst... Oh Gott. Vorsicht, hinter dir, hinter dir. Danke. Boah, Alter. Ey, da liegt Gold unten beim Creeper. Ja, das ist... Das ist ein schmieriges Gesicht, wie er das Ding bewacht. Ich arbeite mich gerade runter zu ihm, deswegen ist auch nicht mein Gold da. Hier ist schon wieder ein Zombie, glaube ich. Ja, toll. Das sagst du mir jetzt, wo er hinter mir steht und mich gerade meine Grube hier verfolgt. Ey, hau ab, Mann. Ja! Oh, Alter. Oh, was? Wie, wo? Nein! Ja, jetzt hat er sich mein Gold geholt. Ey, ich bin runtergefallen. Nein, 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 nein. Bitte komm, bitte komm. Ja, nee, ich muss jetzt mal kurz warten, bis ich wieder einigermaßen aufgeladen bin. Tut mir leid. Nein, komm jetzt. Ja, dann... Warte, ich nehme mir auch hier auch das Unnötigste, was es überhaupt in Minecraft gibt. Lapis Lazuli. Hast du das jemals genutzt? Ja, damit kann man färben oder so, ne? Ja, toll. Hast du dir immer ein blaues Bett gemacht? Nein. Aber bei kommt ja auch, kannst du in der Wolle färben oder sowas. Dafür ist es halt immer ganz cool. Ey, hier ist irgendwas. Ey, ich komme gerade gar nicht klar auf die ganze Scheiße hier. Nein, Creeper, Creeper. Nein, doch nicht in der Lava. Oh, oh. Alter, das ist doch nicht normal. Hier, hast du die... Achso. Ey, schluck. Bist du gerade mit so einem Karate-Kick gegen... Ja, hast du das gesehen? Ey, du hättest dir mal die letzten Folgen angucken müssen, wie ich da Rampage-Mode drauf war, Alter, wirklich. Ach, das habe ich gesehen, wie du den Skelett da angegriffen hast. Ey, total, das war richtig gut. Bist du noch da, Marie? Ja. Oh, okay, das klingt aber ganz gut eigentlich. So, pass auf, so. Ja, ich versuche gerade Land zu finden. Okay. Ey, da, hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir überall schon, so größtenteils. Ja, dann gib wir in die Richtung. Oh, killidockily. Hallo. Ey, die nerven so, die Viecher, ne? Das ist doch nicht normal. Ah, hier haben wir uns... Hier war das, wo wir uns... Hier hinterher hatten wir uns versteckt. Weißt du noch? Tatsächlich? Ja, als wir hier nicht wussten, wie wir rauskommen und so. Stimmt. Stimmt, dann müssen wir in die Richtung, weil da genau da, wo du längst gehst. Ist das richtig? Ja, ja. Aber hier... Oh, guck mal da, ich sehe Redstone. Okay, nimm das Redstone mal mit. Ich nehme die Kohle mit. Ja, warte, hier ist Lava und ich muss aufpassen, dass mich kein Creeper von hinten versucht zu vergewaltigen. Das machen die ja gerne, ne? Ja, das machen die sehr gerne. Da haben wir letztens wieder bei Facebook einen Aufruf gesehen von der Polizeiinspektion Harburg. Äh, vergewaltigter Creeper. Ne, das war die Fab Agency. Ey, ich habe gerade richtig Angst hier, ne? Wirklich? Ich bin gerade richtig entspannt. Also langsam... Nein, weil ich Angst habe, hier runterzufallen in die Lava. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Kohle und viel Eisen. Also das wird für uns beide eine ergiebige, äh, Ressourcentour hier. Ja, das ist auch gut. Redstone haben wir jetzt auch ein bisschen. So. Marie, du kannst... Eine sehr königliche Musik. Marie, du kannst dich auch mal ein bisschen um Holz kümmern. Ja, mache ich gerade. Sehr gut. Aber bitte nicht zu nah dran, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, das ist schon mal hervorragend. Das ist schon mal genial. Ich bin fünf Minuten über den Ozean geschwommen. Ja, aber ich finde... Habt ihr nicht zusammen auch diese Mario Kart Geschichte gemacht? Ja, man munkelt. Man munkelt. Das kam auch derbe gut an. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ja, ich weiß. Hier ist nichts mehr, verdammt. Der mich anschreist, ey. Ey, hier, gegenüber, gegenüber. Gegenüber, Alter. Geh mal zu Harry in die Butze. Ist auf jeden Fall dunkel. Du weißt aber schon, dass wir für ein anständiges Dungeon eigentlich eher weiter runter müssen, ne? Ja, ist mir schon klar. Wenn du mal den Weg nach unten machen würdest. Aber ich gehe immer nur gerne dahin, wo ich noch nicht war. Und hier sieht das doch schon mal sehr gut aus. Franchig mal würde ich mir von Call of Duty diese Möglichkeit zum Neigen wünschen. Ja, das sieht richtig gut aus hier. Ja, stimmt. Hallo, kleiner Creeper. Wie geht es dir? Komm mal her. Oh, da ist ein Ender. Oh, fuck. Fuck. Leute. Das war's. Ernsthaft jetzt? Nein. Du bist jetzt schon wieder gestorben. Warte mal. Lass mich mal jetzt bitte... Oh, dieses miese Ender-Ding, Alter. Wirklich. Ist er noch da? Ne, der hat sich weggebeamt, als der Creeper explodiert ist. Aber ich höre hier Zombies, die, glaube ich, runterfallen wollen. Ja, hier ist ein Creeper. Warte. Ey, Schweinerei. Guck mal, der hat sogar tatsächlich Eisen freigelegt. Vielen Dank, Mr. Creeper. Mr. Creeper? Die sind auch immer so aufdringlich, wie so Vertretungsversicherer. Versicherungsvertreter. Hey, schlag dich mal irgendwo durch, weil du hörst eine Spinne. Das heißt, hier irgendwo... Ja, das ist dieser Minenschacht, ne? Ja, ich mach jetzt mal hier dicht. Ich glaube, hier irgendwo. Schauen wir mal. Ne, oder unten vielleicht? Vermutlich hinter der Kohle, vermutlich, ne? Ja. Ey, meine Spitzhacke gibt gleich den Gräust auf. Ich sollte mal aufhören, immer Diamant... Äh, hier die Eisenspitzhacke. Die Diamantspitzhacke zu nehmen. Weil ich hab natürlich auch nichts mit. Das ist ja... Das ist ja klar. Was hast du nicht mit? Ja, natürlich keine zweite Eisenspitzhacke. Achso, ich auch nicht. Aber hier oben ist doch... Ah, da hast du, ne? Ähm... Ja. Die fällt doch hier irgendwo runter. Entweder ist es oben, oder... Guck mal hier, was haben wir hier? Wann wird's wieder hell? Gar nicht. Ja, nach... Nach... Nach gewissen Zeit. Der Server ist auf... Night Mod. So, pass auf, ich hab hier ein bisschen... Ah, du bist jetzt in der Dunkelheit völlig weit weg, Marie, ne? Ja. Ey, hier Tim, das ist hier irgendwo. Ich komm immer näher. Mr. Mountain Man. Hinter dir. Ich kümmere mich mal um das, was du immer vergisst. Ja, entschuldige. Guck mal, siehst du, deswegen hab ich die Schaufel mitgenommen und du stehst jetzt blöder, weißt du? Kann das sein? Ja, ne, ich hab ne Schaufel dabei. Na, hat er doch mitgenommen. Ey, irgendwie... Ist ja auch geil, wenn wir mal so'n, 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 so'n Mobspawner, denkst hier finden. Ja, nur hier wär' mir viel zu weit weg, um deine brauchbare Falle bauen zu können. Nö, einfach nur auf dem Grunde, dass die, die Kisten da drin meistens etwas sehr brauchbares beinhalten. Na ja, na ja. Hier ist nix, lass mal wieder rausgehen. Der ist vermutlich über uns, ne? Werden wir herausfinden, würd' ich sagen. Aber das sieht mir auch nicht danach aus. Das klingt sehr nah. Ja doch, da hast du doch... Ne, doch nicht. Ey, lass mal hier rausgehen. Boah, was ist ihr da los? Nein, oh Gott. So, hier, ey, Achtung, nein! Ich bin runtergefallen. Oh, oh. Oh, da fällt bei dir... Hier fällt wieder einiges runter. Alter, es geht grad gar nicht. Achtung, neben mir ist ein... Alter, zisch ab, zisch ab. Zisch ab, Digga, mein Jung. Du trau... Oh, hinter dir... Ey, was ist denn los? Ja, die mach ich schnell weg. Die haben so ein übertriebenes Ziel. So, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh, hier geht's noch weiter runter. Hinter dir ist noch eine Spider gerade. Wo, wo, wo? Ja. Komm, jetzt fällt gleich genau auf dich runter. Hier ist grad das Wasser hier. Okay, pass auf, mach ich schnell den, 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 den Zombie weg hier. Kurz weggekickt. Ah, hier, hier, hier. Ja, da geht's schon runter, ne? Nee, da waren wir noch nicht, oder? Waren wir da nicht schon? Nein, da waren wir noch nicht. Warte mal, ich geh jetzt erstmal kurz hier... Pass auf, wir können perfekt das Wasser dorthin leiten. Als Elevator. Oh, nee, wo denn schon wieder? Ey, das ist so übertrieben. Ja, komm, lass mich durch hier. Hallo, lass mich durch hier. Warte, ich müsste mal eben ganz kurz... eine Werkbank basteln. Ich brauche ganz dringend... Auch geil, dass du dir echt die beste Stelle überhaupt aussuchst, um Pause zu machen hier. Ja, ich brauche nur mal ganz kurz einen Ofen für Eisen. Ich brauche eine Spitzhacke, sonst geht hier nichts mehr. Mein Inventar ist auch fast voll. Meinst du überhaupt nicht? Was hast du denn alles gesammelt? Alles Mögliche. Ey, hier fliegt die ganze Zeit so eine Fliegerung, die macht mich wahnsinnig. Ah, ey, mein Kamera spackt hier an der Wand ab. So, warte mal. Eisen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ey, zu viel Lava. Ich habe gerade echt wieder böse alte Erinnerungen an... Na, an? Erzähl mal. An das alte Let's Play, wo ich... Ach, wo du in der Hühle da unterwegs warst. Ja, und dann in diese Lava reingefallen bin. Mit den anderen zusammen, ne? Ja, ja, genau. Du hast mein Let's Play geguckt, Max. Ja! Nein, jetzt ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Boah, ich könnte ausrasten. So, warte. Ähm, wie machen wir das am besten? Guck mal, zwei. Drei haben wir schon mal. Eins, zwei, drei. Keine Stickys. Ey, hast du Holz? Ich raste aus. Hast du Holz? Warte. Äh, nee, leider nicht. Ernsthaft nicht? Nee. Scheiße. Was soll ich mit einer Holzspitzhacke machen? Egal. Eine Steinspitzhacke, wow. Ey, wieso habe ich kein Holz? Das habe ich gerade verbraten für die Werkbank. Ey, was ist eigentlich mit Obsidian? Und Never? Das kannst du nur mit Diamantspitzhacke machen. Oh, es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Wo bist du denn? Warte doch mal auf mich. Er sagt ja und steht schon ganz weit vorne, weißt du? Du siehst doch meinen Namen. Du bist wie so ein richtiger Schmierpenis. Entschuldigung, aber... Was? Ja, Entschuldigung. Was ist los in deinem Kopf in den drinnen, Alter? Du kriegst halt mal eine Respektschelle. Wie talkst du eigentlich mit mir, Alter? Wie talkst du denn? From the side of life, Alter? Echt? Warte, ich versuche gerade mal irgendwie zu dir zu kommen. Mein Stick war noch nicht ready to slurp. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Dein Stick war noch nicht ready to sprum, ne? To slurp. So, warte, warte. So, so, so. Ey, wo kam der Creeper her? Verdammt nochmal. Von oben. Hey, lieber. Hey, lieber Bergy. Hallo. Wow, du hast Lafislazuli gefunden. Ich würde ausflippen an deiner Stelle. Ich auch. Ey, dieses Wasser, ne? Das ist Rampage, ne? Das ist im Rampagen-Mode. Nein, jetzt ist die auch noch kaputt gegangen. Jetzt will ich nur noch eine Holzspitzhacke. Oh Gott, wie viel länger damit alles dauert. Ey, da hinten ist, glaube ich, ein... Nix. So, hier ist... Okay. Ja, ich würde mal sagen, langsam vielleicht auch mal Richtung Rückweg, ne? Ja, erst wenn ich wirklich was richtig Gutes gefunden habe. Ja, was hast du... Was ist denn richtig gut? Diamanten sind richtig gut. Ne, du hast doch gar keine Eisenspitzhacke mehr. Ja, die mache ich mir ja gleich. Ich würde gerne so ein Mien-Schaf finden. Wenn du mal hier rüberkommen würdest, würde ich mich auch dermaßen erfreuen. Ja, ich möchte hier nur die Kohle nicht zurücklassen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Okay, hier ist sowieso nix. Können gleich wieder abdümpfeln. Ach hier, guck mal, hier. Ja, das sieht doch gut aus. Dann doch wieder da? Ja, hier. Also hier gehen wir in die Richtung. Alter, ich verwechse diese blöde Tasche. Ist auch Redstone. Gott, ich bin so dumm. So, warte. Spack bei dir der Shader manchmal auch ab. Ja, das ist immer, wenn es Tag und Nacht wird und sowas, ne? Das lässt sich aber leider, glaube ich, anhand der Updates noch nicht... Oh, hier ist richtig viel Redstone. Alles dicht, mach ich. Ja, warte, warte. Ey, du kannst achten, warum benutze ich nicht auch das Keyes? Nein, da drüben sind ganz, ganz viele Dings. Hier ist sogar ein Diamant. Alter, ich habe keine Eisenhacke. Mach mal hier. Ja, mach ich sofort. Ja, dann Vorsicht, Vorsicht! Jetzt fall nicht in die Lava. Nimm das mal Papa machen hier. Wo ist sie? Da ist sie. Giftige Spinne, ey. Ey, mach erstmal, warte, warte, warte.